Die 80 Testklasse ist gestartet, Blu-Tanks sind dabei mit Robert und Icon mit zwei Fahrzeugen auf Position 1 und 2. Blu-Tanks mit der Staff Nr. 11 auf Position 1 und dahinter Yvonne Holz von dem Blu-Tanks auf dem 2 unterwegs. Aber der Gesamtführende in der Jahresmeisterschaft Nr. 11 vorne in einem atemberaubenden Tempo fliegt er hier über die PS vom Baselpol und hat erneut die Nase vor. Robert Schulz. Das Fahrzeug scheinbar noch mal neu aufgebaut, noch mal neu lackiert und Yvonne Holz auf der zweiten Position. Der Start Nr. 11 ist auch noch unterwegs. Er ist dran an Yvonne Holz von dem Blu-Tanks hier auf einem sicheren zweiten Platz. Er ist positioniert, aber da vorne fährt er wie entfesselt der Robert Schulz von dem Blu-Tanks. Er geht als erstes in die letzte Runde an. Seine Teamkollegen Yvonne Holz aus der zweiten Position auf 3. Die Start Nr. 90. Thorsten Schöner. Noch einmal. Er hat hier den Platz schon etwas anders geschlagen. Die Start Nr. 122. Kai ist das mit seinem Gefährderrad. Robert kommt keiner ran. Der Weg führt über Robert Schulz von dem Blu-Tanks. Auf Platz 1. Souverän über diese Linie. Der zweite Platz geht an Yvonne Holz von dem Blu-Tanks. Sie haben ganz stark gefahren für die junge Dame. Auf Platz 1.